Keine Partei polarisiert derzeit so sehr wie die AfD. Auch in Reutlingen gibt es einen Kreisverband und der hat gestern Abend zu seinem Neujahrsempfang eingeladen. Als Redner kam Martin Renner vom Landesverband Nordrhein-Westfalen. Der gebürtige Reutlinger ist eines der Gründungsmitglieder. Er soll Name und Logo der Partei erdacht haben. Martin Renner, hier in der Mitte, war zusammen mit Bernd Lucke ein Mann der ersten Stunde der AfD. In seiner Geburtsstadt Reutlingen ging er ausführlich auf die sieben Punkte ein, die die Gründer der noch jungen Partei formuliert hatten. Der erste Punkt, ein klares Bekenntnis zur parlamentarischen Demokratie. Genau die sieht Renner aber gefährdet. Immer mehr Kompetenzen würden vom Bundestag an übernationale Gremien abgegeben werden, beispielsweise an die Europäische Union und ihren Ministerrat. Und dem mangle es an demokratischer Legitimation. Wir sind dabei, dass wir unsere parlamentarische Demokratie transportieren und transformieren und ablösen in ein autoritäres Modell. Was fällt einem da ein? Volkskammer fällt mir da ein. Das Staatsvolk ist degradiert zum ohnmächtigen Zuschauer. Der werteschaffende Bürger wird zum Systemsklaven, das ist natürlich hart formuliert, der keine Herrschaftsrechte mehr hat, aber nur noch Funktionspflichten wahrzunehmen hat. Eng damit verknüpft der Euro, eines der AfD-Kernthemen. Die Entkopplung des Schweizer Frankens vom Eurokurs ist für Renner ein deutliches Warnsignal. Die Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank führe für Sparer unweigerlich in die Altersarmut. In den zehn Jahren, wo dann der kleine Rentner sein Sparvermögen mit auf die Band gelegt hat, wird er einfach merken, dass keine Verzinsung erfolgt. Er muss sein Kapital angreifen und nach fünf bis acht Jahren wird das Kapital so stark abgeschmolzen sein, dass selbst wenn dann wieder eine Wende kommt, macht ihm gar keinen Sinn mehr. Das heißt, es ist eine brutale Form der Entreicherung der werteschaffenden Milieus. Nächstes Thema, deutsche Leitkultur. Hier wirft Renner den etablierten Parteien Versagen vor. Über Parallelgesellschaften, die er auch Gegengesellschaften nennt, hätte man hinweggesehen. Auf Assimilation und Integration würde man verzichten. Während die scheinbare Elite in ihren Bungalows im Rotweingürtel in den Städten so gar nicht von bunter Multikulti bedrängt sich fühlen muss, werden die Unterschichten tagtäglich von dieser bereichert, bedrängt und ihrer angestammten Alltagswirklichkeit entfremdet. Deutsche Leitkultur, so Renner, das sei die Überzeugung, dass die Gesellschaft am besten in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung strukturiert sein müsse. Ob das in Übereinstimmung zu bringen sei mit Zuwanderern aus anderen Herkunftskulturen, müsse die Debatte zeigen, so Renner. Zum Islam jedenfalls hat er klare Ansichten. Ich sehe nicht, dass der Islam zu Deutschland passt oder dass der Islam zu Deutschland gehört. Ich sehe auch nicht, dass der Islam zu Deutschland passt. Wir haben hier in Deutschland eine freiheitlich-demokratische Grundordnung, eine demokratische Ordnung. Der Islam strebt mit seiner Ausformung im Gesellschaftspolitischen. Eben die Scharia strebt eine theokratische Gesellschaft an. Und diese theokratische, also auf die Gott-Göttlichkeit abzielende Grundlage einer Gesellschaft geht meines Dafürhaltens mit einer aufgeklärten, freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht zusammen. In diesem Zusammenhang wollten wir im Interview auch wissen, wie Martin Renner zu den Pegida-Demonstrationen gegen eine vermeintliche Islamisierung des Abendlandes steht. Die Dresdner Spaziergänger, so Renner, hätten ein unstrukturiertes Unbehagen gegenüber der Politik. Hinzu käme der Eindruck, sie fänden bei den politischen Eliten kein Gehör. Die Reaktionen von Politik und Medien sind nach Ansicht von Renner nicht gerecht. Also wenn zum Beispiel verschiedene Politiker davon sprechen, dass die dort spazieren gehen Nazis in Nadelstreifen sind und eine Mischproke letztlich ist, also eine abwertende Begrifflichkeit, dann glaube ich, dass diese politischen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens falsche Maßstäbe und falsche Beurteilungssysteme an die Intention, an die Absichten dieser Menschen, die dort die Spaziergänge mit absolvieren, dass die falsche Maßstäbe anlegen. Die Zuschauer im Spitalhofsaal bekamen gestern Abend klare Positionen zu kontroversen Themen serviert. Themen, die wohl auch in Zukunft Anhänger und Gegner der AfD polarisieren werden.